Hallo, meinst du? Könnt ihr euch vielleicht denken, wo das anbremsenbar ist, also wo man was mitbrauchen könnte, wenn ihr jetzt an Supermarkt denkt. Wir suchen uns jetzt eine Glühse aus, zum Beispiel eine Gurke. Die hat ja ungefähr so eine Farbe vielleicht, oder... Ja, ungefähr so würde ich sagen, aber ganz so vielleicht. Und wenn ihr jetzt auf diese Gurke schaut... Die sieht kaum aus. Würdet ihr den hier noch essen? Nein! Aber ich... Und wenn ihr jetzt mal schaut, wenn ich jetzt die anderen davon ausnehme... Also dann? Also dann ist es so... Und dann ist so... Jelen... viel... Roter und weiß noch nicht... sondern es ist so... Wollt ihr euch mal gesehen? Also... Mio. Es ist so... Wie lange ist das? Kommt rein. Das war es von meiner Seite. Ich würde euch auch empfehlen, den Anhänger übernehmen, also so eine blaue Brücke, was anhängt. Das ist nämlich, dass ich mal wie das auch sieht. Das könnt ihr euch gerne machen. Danke. Danke.